herzlich willkommen zu einer neuen folge um sie zwei den bus simulator bei mir auf dem kanal barthalo schön dass ihr eingeschaltet habt schön an einem freitag regnerisch bewölkt aber dafür schön war ja wie gesagt heute ist triebfrei aber ich lasse mir deswegen nicht den tag nehmen ein paar videos für um sie zwei zu machen das heißt wir fahren einmal die strecke 268 von dem blieb so zechel handeln nach klopiers straße und natürlich zurück mein gefährt heute einen mann a3 323 23 23 eigentlich aber 323 modell und für den busbetrieb in niedersachsen und natürlich habe ich noch ein paar neue sachen aktuell noch zu berichten das möchte ich euch nicht nehmen deswegen habe ich gedacht macht man das einfach gemütlich mit der schönen um sie zwei folge weil da hab denke ich dass ihr da die messezeit gerne zuschaut ist ja dementsprechend auch was dabei so machen wir nicht lange rum ich würde einfach mal sagen wir wollen einfach mal jetzt die fahrgäste jetzt einfach mit rein schauen einfach mal was dann so kommt weil der freitag der ist schon bei mir sehr 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 kurz angefangen also ich bin wir haben jetzt mit der aufnahme 13 uhr oder 15 uhr haben wir schon ja 15 uhr gerade hilfe und wie gesagt es ist halt schon ein bisschen knapp bemessen heute auch der samstag so und da wohnt man sich wenn sie nicht einsteigen ja wohl bitteschön so muss doch sein so fahren wir mal los vielleicht habt ihr erst mal schon mitbekommen und zwar ähm bin ich noch dabei zwei sachen noch für am montag zu machen ähm das eine ist dass ich das gelbweil dlc noch vorgestellt bekomme und zum anderen möchte ich ja noch dass ich den dass ich den ähm Assetto Corsa auch je nachdem ACC ähm mal mit rein nehmen möchte einfach mal zum testen wie es ist weil wir haben ja schon im Livestream schon gemerkt boah das ist ja also es wäre schon was cooles oder ist was cooles nur ähm ja schauen wir halt mal wie das so in Zukunft wird weil Autorennen wie gesagt ich erkenne das ich interessiere mich ja dafür oh die Lenkbus da rumzufahren ist ganz schön heftig ey wow gerne machst du schlecht damit ey aber eins habe ich vergessen und zwar wollte ich doch eigentlich die halt hier Ansagen anhaben und was ist das denn so können wir mich gleich wieder weiterfahren ja wir haben jetzt auch das wie gesagt das ähm im LS22 den Träger quasi geholt der war ja auch schon im Einsatz und ich habe auch noch ein bisschen weiter Zuckerrüben geerntet und ich hoffe natürlich auch das ja ist fast so geil ja ja Entschuldigung jetzt habe ich mich fast schon verfranst nächste Haltestelle Heinrich-Heinestraße das mit dem Gelenkbus fängt ja heute schon gut an ist ja nicht so dass der Bus direkt hier aus der Werkstatt kommt aber hey soll einer gleich noch ähm hier total Schaden bauen naja nächste Haltestelle Herr der Straße genau ja ähm Zuckerrüben werden weiter noch geerntet das heißt da muss man noch ein bisschen vorankommen und in der Zeit habe ich nämlich auch schon eine neue Ballmaschine aufgrund des Problems mit dem Futtermisch ähm 4000 Liter kriege ich maximal aus dem pro Rundballen raus Rundballen in dem Fall wegen ähm dem Stroh und da müssen wir uns halt nochmal ein neues neues Lager da kommen ja was habt ihr denn hier nächste Haltestelle Fuhlenbrocker Markt ja so sieht es quasi aus Herrgott im Himmel so Moin Moin kommen wir so rein spaziert hallo naja Wärme so ja also und deswegen habe ich mir gedacht werden wir uns da ein eine Ballmaschine von einem Göval DLC holen nicht nur die wo wir zum testen haben wollten und dementsprechend äh habe ich das dann quasi auch getan 60.000 hat die Rundballenpresse mich gekostet und ähm ich denke da können wir auch die das weitere quasi auf dem Hof die Halle dafür da nutzen ähm das wäre so das wäre so erstmal das weitere vor gehen wie immer gilt wenn euch das Video gefällt dann lasst auch gerne ein Like da und wenn ihr gerne nichts verpassen wollt dann dürft ihr gerne hier ein Abo da lassen ich versuche ich gebe mein Bestes ähm ein bisschen weiter voranzukommen und weil ich habe ja auch gesagt täglich kommen ja auch sollen ja auch neue ETS2 Videos kommen Moin Moin hier haben wir das Ticket und ja gerade jetzt auch wo aktuell der Patch ist ähm ja sind wir da einiges am ähm möchte ich da einiges äh erstmal testen weiter verarbeiten Montag Livestream der gute Vektor hat sich nämlich gewünscht dass wir mal wieder ETS2 fahren und das werden wir auch tun und wir werden da im Multiplayer unterwegs sein bis jetzt ist am Montag mehr noch nichts dazwischen gekommen ähm 17.30 fangen wir mal an ich werde halt schon vorher noch ein bisschen fahren gerade wegen der wegen ähm der Spedition dass wir noch ein bisschen was äh fahren können und ja da bin ich einfach mal gespannt checkt auf jeden Fall mal gerne mal da auch dieses Projekt ab und ähm die NTG Save Oil Up nächste Woche Donnerstag werden wir ein Projekt also ich werde denn 2020 eine Woche lang fliegen und das heißt dass wir quasi von Donnerstag bis zum nächsten Donnerstag quasi ähm aktiv den Flugsimulator quasi socken werden ich möchte wir möchten gern kennenlernen und das ganze werden wir zusammen mit einer virtuellen Airline fliegen in der wo ich drin bin wir haben zur Zeit äh alles eingestellt was ich dafür brauchte online das heißt dass quasi auch ähm das online noch nicht so ist weil wie gesagt ähm da gibt es noch ein paar Schwierigkeiten und ja aber die kriegen wir auch gelöst da bin ich fest davon überzeugt aber heute erstmal gemütlich in den Freitag an bitte um Sitz weit zu fahren so moin ja das ist so der Stand der nächsten Woche wie wir dann weiterverfahren mit dem ACC ähm bin ich mir auch nicht ganz sicher also Spaß hat es mir auf jeden Fall gemacht das ist auch genau so ein Spiel was ich gesucht habe vor allem oh mein Glitzer ähm so eine schöne Einstellung wie bei Gran Turismo 5 also vor allem geht es auch wirklich da die Strecke wirklich abzustimmen und die Karriere da die naja so lala ne kann ich nur sagen aber schauen wir mal das kriegen wir vielleicht machen wir das einmal in der Woche oder für Samstag quasi oder wir machen einfach ne Abstimmung das finde ich besser machen wir ne Abstimmung wo haben wir das zocken sollen dann sehen wir das dann nächste Haltestelle Sportpark aber gerne doch aber wir haben schon gedacht da ist heute ja so komisch regnet ne hei 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 morgen guten Tag ja gerne doch schön ja Neuigkeiten Bomben die zwei gibt es ja auch schon durch den längeren New City Line fast so lang wie der Kappa haben wir schon fast ein Großraumgelenkbus nächste Haltestelle am Landparfeld das ist ja auch schon was tolles also mir gefällt der Bus auf jeden Fall das was ich da gesehen habe ich bin halt immer noch so ein leidenschaftlicher ja ja man kennt es ja ach keiner will sich hinsetzen das nenne ich doch mal was das nenne ich doch mal was so was haben wir denn 38 da nächste Haltestelle Pferdemarkt so voilà vielleicht haben wir gleich Glück dann kriegen wir gleich mal grün schön da so ja ich bin immer noch mal überlegen was für ein neues Titel bilde ich mir für meinen YouTube Kanal und welches Logo ich mir quasi für meinen für meinen YouTube Kanal da auch auswählen will weil es soll ja schon etwas moderner aber einfach und schlicht sein und ich tue mich da ehrlich gesagt ein bisschen schwer ihr wollt nicht so viel Geld für Spiele ausgeben weil sie zu teuer sind dann checkt mal einen Partner ab Instant Gaming gleiche Spiele für faire Preise Link unten in der Beschreibung weil es soll ja schon um die Simulation weitergehen aber dementsprechend ich bin auf einer professionellen Seite wo ich mir was erstellen lassen kann oder ein bisschen mich austoben kann aber das dauert halt ein bisschen Entschuldigung wenn ich gerade wieder so einen Frosch im Hals habe weil ich möchte schon dass es nach was aussieht weil wie gesagt das eine das Intro hier das gefällt mir auf jeden Fall richtig gut deswegen bin ich auch ein bisschen sehr zufrieden ja nicht zu schnell Ladies ich habe ja nicht noch Zeit Oh und da fällt auch schon wieder einer auf der Karte Busfahrer Gerhard falls du das Video siehst Größe gehen raus viel Spaß bei der Strecke bei deinem Dienst hab viel Spaß bis zum Das ist toll. Ja, also Niedersachsen sucht noch Fahrer und es gibt noch einen weiteren Plan, wo ich noch in einen anderen Betrieb gehen möchte oder eingeladen wurde, aber das Ganze zum späteren Zeitpunkt. Deine Voraussetzung ist erstmal, dass es überhaupt klappen tut. Jetzt am Sonntag werden wir natürlich nochmal Hogwarts Legacy weiter zocken und da ein bisschen auch vorankommen. Also Uhrzeit starten wir um 12 Uhr und es wird dann quasi die ganze Zeit, dass man nur, oh Gott, Legacy weiter gezockt hat. Also nur, dass ihr da Bescheid wisst. Ich weiß, man soll halt ein bisschen weiter mit der Simulation verfahren, gerade bei den Projekten. Aber ich muss auch mal ein bisschen, oder ich bräuchte auch ein bisschen Abwechslung. Deswegen ist mir das besonders wichtig. So, da wollen wir uns da vorne hinfahren, dann machen wir das doch. Aber ich vermute mal, das war die falsche Richtung. Halt, das war die falsche Teste. Ah, das ist ja da. Haben wir fast schon gedacht. Na gut. Wir machen das, was wir am besten können. Zeit vorspulen. Nächste Haltestelle. Passstraße Realschulen. Pass. Ja, was habt ihr denn schon so schönes am Wochenende vor? Könnt ihr mal drunter in den Kommentaren mal schreiben. Vor allem, ob ihr, was ihr davon von den neuen Bussen hält, die da rauskommen sind in der Woche. Oder vor allem, ob ihr die mir empfehlen würdet. Als typischer M&M Pilot. Warte, die fahrt es nochmal, der natürlich direkt mit. Rängs. Schwenk mal ein. So. Schön. Das gefällt mir. Das gefällt mir richtig gut. So. So, fahren wir gleich mal nach links. Nächste Haltestelle. Ja, ja. Ostre Strasse. Das frei. Arbeitsamt. So, hätte ich es gern direkt grün, wenn wir kommen. Schön geschmeidig. Wann bringt das was? Kann man 30 fahren. Ja, der Zeitplan hier ist so ein bisschen zu schnell, würde ich sagen. Also, da könnte man ruhig noch pro Haltestelle oder zwischen Haltestelle so 50 Sekunden haben oder so. Nächste Haltestelle. Brinkstraße. Okay, ein bittliches Fahren hier auch, ne? Moin. Hallo. Hallo. Ja, bitteschön. Schön, ja, Dachnot. Nächste Haltestelle. Nächste Haltestelle. Passstraße. Aber gerne. Der Passstraße. Da kann man es ja rollen lassen. Also, da kann man es ja rollen lassen. Schön. So. Mal gucken, wie lange die Folge will. vielleicht mache ich daraus eine Doppelfolge. Aber ich glaube, womöglich nicht. So, ein bisschen. So, dann werde ich nochmal sagen, weiter geht's. Schön. Also heute, ne, ihr wisst ja, der große Streik am Freitag und Montag, Berg, das fast über das ganze Wochenende, ist schon brutal, ne. Also, das hätte ich nicht gedacht, dass da, dass auch wir davon betroffen werden. Obwohl es heißt, Badewitteberg, ne. Nächste Haltestelle Ostberstraße, Ostring. Aber ich muss sagen, solange ich mein Fahrrad habe, bin ich auch lieber so mobil unterwegs, ist alles, äh, komplett irgendwie anders. Macht auch mehr. So mehr viel Spaß. Er kommt dann, sonst seid ihr immer auch so schnell. Äh, erst rechts, denn jetzt links. Da hat ja mal seinen Führerschein im Lottover gewonnen, ne. Nein, nein, nein. So, stehen wir denn jetzt überhaupt richtig, oder stehe ich noch auf der Fahrbahn? Ne, ich stehe richtig. Ist gut. Mein Wilder hatte ich schon. Nächste Haltestelle, Knappenstraße, Ostberstraße. Die Dame möchte auch nicht mit. Wann dann? Nächste Haltestelle, Malakow-Turm. Zugang zum Grusel anbringt. Dann halt eben nicht. Keiner mitmöchte. Nämlich auch das gerne in Kauf. Also das Schöne, ich konnte wenigstens heute von Donnerstag auf Freitag schön ausschlafen. Das hat mir auch richtig gut getan. Und so dass ich jetzt weiß, ich hoffe, dass mein Bio-Rhythmus wieder gut im Rhythmus ist. Alles wird ab Donnerstag, wenn wir da die Flussi-Tour machen, ganz schön ein, was abverlangen. Also das werden quasi dann WF-A-Touren. AFA wird dann quasi mit der MD-11 gemacht. Dafür muss ich auch mal einen Rechner umbauen. Oder im Stöpsel. Morgen. Morgen. Bitteschön, Manfred. Befordern wir wieder der Busvölk der Busvölk Havelsch. Bisschen eng hier, hm? Nächste Haltestelle Bahnübergang. Bahnübergang. Wird schon gerade sagen. So, alle an die Bahn-Enthusiasten oder um sie Enthusiasten gehen erstmal Freitag die Grüße raus. Nächste Haltestelle Speckenbrook. Nächste Haltestelle in der Wellheimer Mark. So, jetzt haben wir auch schon gleich die Endhaltestelle. Genau, so will ich das im Spiegel bis ganz die Letzte hier zu sehen, dass keiner mehr ausgestiegen ist. dass man sieht, dass die Fahrgäste ausgestiegen sind. Genau, das ist nämlich für mich die wichtigste Grafikeinstellung überhaupt. Das können er nämlich über diese zwei Balken hier nämlich regeln, also und dass er da so das habe ich natürlich wieder die Mutter ab. Das muss ja auch so sein. Nächste Haltestelle Pöckelhorst Schreibt mir mal gerne unter die Kommentare welche Strecke hier gern gerne dann bei Ruhrgebiet Rheinhausen Berlin X10 oder BRT Dernächst fahren sollen. Oh, wird einmal ausgelaufen, auch gut. Die Fahrt endet da. Wir haben bitte alle Fahrtgäste auszusteigen. schildern wir um lassen wir natürlich die Vergisste rein. So mein Lieb. Das war's dann auch von meiner Seite her. Checkt gern wir meinen Partner Instant Gaming ab. Da findet ihr momentan auch das Angebot für ACC erweitert. erweitert die sind nämlich dann im Angebot und ich wünsche euch einen schönen Freitag. Mein Name ist Bart Dolo und schön wenn dir das Video gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Ciao 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 Bis zum nächsten Mal.